Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben bestimmt schon versucht, andere Menschen zu verändern. Ich kenne das von mir selber. Aber es glückt einem meistens nicht. Man kann nur sich selber verändern. Und da sind wir wieder beim Thema. Lebt selbst die Dankbarkeit. Tretet heraus aus eurer Komfortzone und beginnt das Leben, das ihr wirklich in eurem Innersten spürt. Heute gebe ich euch wieder eine wunderbare Affirmation mit für diesen Tag. Es geht mir jeden Tag, in jeder Hinsicht, besser und besser und besser. Danke, danke, danke. Alles Liebe, eure Gabi Elli